Norddeutscher Rundfunk 2021 Plug-and-Play nennt man das. Man steckt es rein und es funktioniert. Oder manchmal auch nicht. Naja, so ist es mit Computern, nicht? In 20 Jahren, die Computern, die gesamte Art und Intelligenz, wir werden diese Technologie verbunden. Die meisten meiner Kollegen glauben, der Mensch ist berechtbar, und wir können einen künstlichen Mensch herstellen. Das hat auch mit Größenwahn zu tun. Die Menschen sind sehr便利, und ich bin sehr, 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 sehr. Ich bin sehr, 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 sehr. Ich bin in der Familie und mit Kindern zu spielen. Du bist ein bisschen negativ. Nur ein bisschen. Nein, nein, nein. Ich habe es nur ein bisschen negativ. Es ist nur ein bisschen negativ. Ja. Ich habe es nur ein bisschen negativ. Es kann sein. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, dass ich gesagt hätte, ach, in dieser Branche möchte ich gar nicht sein. Wir haben eine Sofra, das in den Bord. Es ist 1000 Jahre alt. Es ist auszulter. Es ist auszulter. Es ist auszulter. Es ist auszulter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017